so hallo hallo willkommen wir spielen eine demo von einem spiel was ich auf der gamescom gesehen habe also ich habe es nur nicht angespielt weil das war im indie bereich und ich habe mir gedacht komm da spielen wir doch mal die demo aber vorher müssen wir hier mal ein bisschen die musik ist doch noch ganz schön laut finde ich also ich denke mal so ist okay man kann es entweder mit der tastatur oder mit dem controller spielen also mit der maus tatsächlich nicht und dann legen wir mal los und da haben wir ihn auch schon back boy okay wir brauchen schönheit also wir können ihn bewegen okay und wir können hier was nehmen aha dann können wir hier gewisse dinge auswählen okay hoffnung strenge auch ganz grausamkeit grausamkeit bei wespen sind insekten aus der gleichen familie wie ameisen und bienen sie sind nicht so beliebt wie ihren nahen verwandten da sie in der regel aggressive jäger sind und ihr revier gegen eindringende schützen um sich zu verteidigen und zu jagen benutzen sie einen stachel der dem der biene ähnelt wobei die westen gegensatz zu ihren verwandten nach dem stich nicht stirbt auch sie leben meist in kolonien und sind wichtig für die bestäubung und vermeiden von schädlingen da sie sich von diesen ernähren einige wespenarten legen ihre eier in die gelege anderer insekten und ihre larven ernähren sich nach der geburt von den insekten die sie gepflegt und gefüttert haben west meyer sind sehr wirksam bei der herstellung von gift tränken da gibt es schon fast alle lebewesen betreffen okay eine anmerkung wenn ich nach hause komme und mein vater den runen schüssel wieder mitgenommen hat werde ich ein paar tropfen davon probieren vielleicht hört er dann endlich damit auf meine sachen anzurühren okay dann haben wir hier noch ein bild von der wespe spd besteht aus cellulose okay sehr starker trank oh gott jetzt kann ich hier quasi alle seiten springen und hier wieder zum abschnitt davor gehen ok schönheit lepidoptera schmetterling der schmetterling ist ein insekt aus der familie der lepidoptera sein markantes merkmal ist die große vielfalt an formen und auffälligen farmen die seine flügel im ausgewachsenen stadium aufweisen ihr lebenszyklus ähnelt dem der meisten insekten sie durchlaufen die phasen ei larve popo und ausgewachsen die veränderung die sie während der metamorphose erfahren verleiht dem überzeugenden überschwank lexier seine eigenschaften aber nur wenn wir die schuppen ihrer flügel im richtigen verhältnis zusammen mit anderen kosmetischen reagenten verwenden seit jahrtausenden sind schmetterlingsflügel schuppen eine der am häufigsten verwenden tierischen zutaten der alchemie ihre struktur verleiht ihnen einzigartige eigenschaften die das aussehen an jeden menschen verbessern können vielleicht kann ich sie in einer augenspülung verwenden so schöne augen wie mama zu haben okay okay jetzt haben wir dann da oben mit y kommen wir dann hierhin notiz jemand hat bringen wir schönheit drauf geschrieben aber es ist nicht meine schrift okay okay so können wir kombinieren kann ich damit was machen ne notizbuch okay dann schauen wir mal was das hier da ist ein zeichen auf dem boden aber scheinbar macht das nichts nach oben gehen wir sind in einer küche hier können wir wieder nach unten okay was haben wir hier flächen ein gefäß das mit einer gelb grünen zähflüssigen flüssigkeit gefüllt ganz schön alles ausgeräumt hier irgendwie alles dreckig da okay aus dem fenster können wir nichts machen hier können wir auf jeden fall rein hier können wir nichts machen können wir hier da kommen auch rein wo gehen wir denn zuerst hin das wohnzimmer oder esszimmer besser gesagt was haben wir hier auch eine vase und damit kann ich jetzt hier kann ich das da rein nein ok oder finden zeiger an der uhr ja ok da wird auf jeden fall ok man kann es drücken vielleicht muss man hier irgendeine kombination eingeben ob etwas aufgeschrieben der uhr im esszimmer fehlt ein zeiger nicht wahr ja ok perfekt dann haben wir uns das aufgeschrieben was haben wir hier eine katze können wir nichts machen nur angucken die hat einen schlüssel umhals wie es aussieht oder schreibt wieder was auf neben der uhr sah ich das foto einer katze vielleicht war es auch ein gemälde ich kenne den unterschied nicht wirklich jedenfalls wollte ich niederschreiben dass ich mich schlecht fühle als ich die katze ansah ich glaube das liegt daran dass sie tot ist ist es das was man traurigkeit nennt ok ok wir haben was genommen glasgefäße ein glasgefäß darin befinden sich viele spitze stäbchen und das können wir anscheinend trennen oh nägel sind wie kleine spitze beteiligt stechen aber sie tun nicht weh ein leeres glasgefäß und das kann ich jetzt kombinieren mit was ne also damit auch ne ok ganz mit nichts kombinieren so was haben wir hier noch ein bild ok dort ist ein seltsames gemälde im esszimmer es sieht aus wie eine person die klavier spielt ja so hier ist auf jeden fall blockiert da kommen wir nicht durch ok hier kommen wir weiter dann gehe ich jetzt erst nochmal zurück hier war ja nichts weiter guck mal was hier ist ah ne abstellkammer benutzen ah jetzt kann ich hier irgendwas benutzen ok also das ist auf jeden fall abgeschlossen und da fehlt ein schlüssel und da sind katz spuren dran das heißt wir brauchen den schlüssel von der katze im bild wie auch immer wir das bekommen äh da brauchen wir auch einen schlüssel aber den haben wir auch noch nicht ne ok es sind nur die beiden schubladen hier wie es aussieht da oben können wir nichts mit machen dann brauchen wir den schlüssel aber ich kann hier nichts machen wie es aussieht dann schauen wir mal hier neben oh auf einmal wird es sehr viel größer hier ist ein buch oh äh es ist verblasst man kann nichts lesen also nicht viel auf jeden fall irgendwas mit stiefenmütter könige 6 cm ok ich habe ein buch auf dem kleinen tisch im wohnzimmer gefunden aber alle buchten sind verblasst und ich kann nicht erkennen was darin steht ja da werden wir irgendwas benötigen um das wieder sichtbar zu machen oh ja gut denke mal hier werden wir auch irgendwas drauf spielen müssen aber da wir wissen noch nicht was warte mal das ist doch eine geheime tür hier oder also sieht zumindest so aus aber kann auch noch nichts machen so da kommen wir weiter da ist wieder hier so das zeichen auf dem boden ich schätze mal hier oben ach ne hier oben ist blockiert da kommen wir nicht rein und was haben wir hier einen dunklen flur ok irgendwas mit comeback oder das ist ja ob ich beklass guckt in Volt alles klar hier können wir noch nicht lange wir brauchen etwas schönes zuerst okay gut dann versuchen wir mal was schönes zu finden ist das abgeschlossen okay gut nee da kommen wir auch nicht weiter ja nun dann gibt es da nur noch einen weg nach draußen scheinbar oh oh ein schmetterling okay oh hier ist die katze ja nun okay okay abschließen dann haben wir den jetzt drin gefahren ich habe so eine idee ja festnageln nein okay weil das geht wieder auf okay okay eine schaufel ja dann werden wir gleich etwas ausgraben glaube ich befürchte ich hier ist wieder so ein zeichen okay okay hier kann man auch irgendwas machen oh doch man kann es bewegen nee das ist nicht richtig das ist nicht richtig hier fehlt und fehlt auch ein teil sich gerade ich schätze mal wir müssen das auge nachbilden oder ah warte oder so man kann es drehen okay okay so ich schätze mal so oder ich schätze mal so das macht irgendwie keinen sinn Mmh. Okay, das, okay, da fehlt aber wie gesagt ein Teil. Hm, ne, das passt irgendwie nicht. Ne, das passt irgendwie nicht, da fehlt noch irgendwas, das müssen wir gleich mal. Wir buddeln mal die Katze aus, wir buddeln mal die Katze aus, so, äh, oh, wir haben einen Schlüssel, yay, okay, was haben wir denn hier noch, ne Hütte, oh, ah, okay, da ist noch eine verschlossene, ähm, Schublade, und wir haben, äh, kombinieren damit, Nagelpistole, jetzt wo sie geladen ist, kann ich damit Nägel verschießen, dafür ist sie schließlich da, oder, yeah. Das heißt, wir können das hier schließen, und können das festmachen, ah, sehr gut, jetzt ist der Schmetterling drinnen, und können ihn fangen. So, was gibt's denn hier hinten noch, weil wir kommen ja hier scheinbar noch weiter, okay. Was haben wir hier, blockiert, nup, und hier ist nichts mehr, okay. Na dann, gehen wir mal rein, schnappen uns den Schmetterling, schließen die eine Schublade auf, und schauen mal, was da so herinnen ist. Okay, die müsste ja jetzt quasi, was, war ich hier schon? Ah, okay, die ist auch zu. Oh, möchtest du deine Laufgeschwindigkeit ändern, du kannst jederzeit über das Optionsmenü ändern. Aktuelle Geschwindigkeit, Standard, ich mach mal auf schnell. Ob das was ändert, weiß ich nicht. Ah, warte, 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 nein, 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 nein. Muss ich den hochjagen? Ah, eventuell. muss ich hier eine Blume oder sowas rein machen, das ist ja, ja, okay. Papa, ich hoffe, dass du diese Schublade nie öffnest, denn wenn du es tust, werde ich das Mama sagen, wie beim letzten Mal hatte, damit sie dich wieder ausschimpft. Hör auf, mein Spielzeug zu nehmen. Okay. Im Schrank gab es eine verschlossene Schublade, dann fand ich einen Halter, ein Stück Metall und eine Notiz. Okay. Ah, das ist hier für ein Loch am Ende und ein kleines Gelenk am anderen. Da können wir das Rätsel mit der Statue fertig machen. Halter. Aus irgendeinem Grund weiß ich, dass er aus Messing und Perlmuth ist, auch wenn ich nicht weiß, was das ist. Kann ich das kombinieren? Nö. Ein Halter. Ach, den Schlüssel habe ich nicht mehr. Okay. Das ist ein Einmalschlüssel. Der Halter. Na, dann schauen wir mal, was wir bekommen, wenn wir das Auge fertig machen. Inventar. Boom. So. Jetzt müssen wir mal überlegen, wo könnte das das hingehören. Weil das, ne, das ist irgendwie... Also das Teil hier müsste meiner Ansicht nach das hier sein. Dass das dahin gehört. So. So. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ja, doch. Das sollte passen. Oh. Okay. Was ist das? Glas. Ein rundes Stück Glas. Das... Äh... Ein rundes Stück Glas. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber es kommt mir bekannt vor. Oh. Linse der Wahrheit. Und jetzt? Okay. Linse der Wahrheit. Das ist eines der ersten Spielzeuge, die ich für mich gemacht habe, als ich anfing, Magie, Hexerei und Alchemie zu studieren. Durch das Glas wirst du in der Lage sein, Dinge zu sehen, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Sie ist sehr einfach zu benutzen. Alles, was du tun musst, ist, etwas durch die Linse hindurch zu betrachten und sich langsam über das Objekt zu bewegen, um versteckte Geheimnisse zu entdecken. Ah. Sie besteht nur aus zwei Teilen, also wirklich nur ein Werkzeug für Anfänger, aber ich bin trotzdem stolz darauf, denn ich habe sie selbst hergestellt, als ich gerade fünf Jahre alt war. Um sie herzustellen, habe ich ein Stück Quarz genommen und es gereinigt und gerieben, bis ich das Licht darin sehen konnte, das normalerweise verborgen ist. Um meine Energie auf das Glas zu tragen, brauchte ich etwas Metall, um das Glas einzufassen. Zum Glück ließ Mama mich die Fassung ihres alten Handspiegels dafür verwenden, den ich in Luft gefunden hatte. Wenn ich die Linse nicht verwende, baue ich sie auseinander und verstecke die Fassung in der Knochenschublade und den Kristall in Theas Hand. Nur ich weiß, wie man den Arm bewegt, also wird Papa es mir nie wegnehmen können. Muhahaha. Okay. Danke, Mama. Okay. Okay, wie kann ich das dann jetzt benutzen? Linse der Wahrheit. Hm. Ah, genau. Linse der Wahrheit. Okay. Es vibriert. Wir kommen näher. Oh, da ist was. Haben wir noch was? Hier ist noch was. Boom. Nr. 139 Stiefenmütterchen Viola vitrochiana. Das Stiefenmütterchen ist eine hybride Zierpflanze, die von der wilden Art Viola tricolor abstammt. Sie gehörte zur Gattung der Viola und ist Teil der Familie der Viologe. Die ersten dokumentierten Exemplare des Stiefenmütterchans vor zwei Jahrhunderten auf und wurden von den Königinnen der Feuchteninsen auf und angebaut. Die Begeisterung für diese Pflanzen in der Oberschicht, die über die Idealenknexelhaus Stahl verfügte, führte dazu, dass innerhalb von nur zwei Jahrzehnten mehr als 400 Stiefenmütterchensorten entstanden. Das Stiefenmütterchen blüht im Dezember. Die Blüten haben einen Durchmesser von etwa 6 cm und besitzen in der Regel fünf Blütenblätter, die auf eine sehr charakteristische Weise angeordnet sind. Zwei überlappene obere, zwei seitliche und ein unteres. Das breiter ist als die anderen, auf dem ein samtiger Bart scheint, der von der Mitte der Blüte ausgeht. Die Blüten produzieren einen nebulosehaltigen Nektar, der Schmetterlinge anlockt. Ah, und das Stiefmütterchen zu einem unfehlbaren Lockmittel für wächsleitige Arten macht, die die Ausbreitung und das Überleben der Pflanzen in jeder Umgebung sichern, in der diese Organismen gedeihen. Na, dann müssen wir was verbrauchen. Wir brauchen ein Stiefmütterchen. Genau. Mit der Linse der Wahrheit kann ich lesen, was auf den verblichenen Seiten steht. Es stellt sich heraus, dass es sich bei diesem Buch um ein Blumen-Enzykule-Di handelt. Also die Marketer-Seite berichtet über bunte Blumen, die Käfer, die Käfer namens, also Schmetterlinge oder so. Okay. Das heißt, Blumen haben wir ja hier nur im Gewächshaus, also müssten ja hier irgendwo Stiefmütterchen sein. Und ich glaube, das müssten ja dann die hier sein. Oh, okay, haben wir. Blumen. Ich habe sie... Ich glaube, ich habe sie umgebracht, als ich sie aus ihrem Topf gezogen habe. Vielleicht kann ich noch etwas mit ihnen machen, bevor sie verwelken. Ja, du hast sie umgebracht, als du sie aus dem Topf gerissen hast. Du Mörder. Blumen Mörder. So, Schmetterling. Dann komm mal her. Ja, wop. Und zurück. Na, na. Ja, ja, ja. Das ist er, Schmetterling. Ich habe einen Schmetterling gefangen. Das macht mich allerdings ein bisschen traurig, ihn so zu sehen. Ja, gut. Dann können wir jetzt der mysteriösen Stimme den Schmetterling bringen. Komm schon, bring, ich will das, ich will das, gib es mir. Oh, mein Gott. Ja, ist ja gut hier. Okay. Oh, oh. Hm. But we are not finished yet. Okay. Schade. Clam. Bushlist now. Ja, das war es schon mit der Demo. Cool. Das war es. Schön. Ja, ich würde sagen, ist doch ein nettes kleines Adventure Game. Kann man mal machen. Und ich habe es schon gewischt, oder ich werde es noch wishlisten. Und bin gespannt. Bis denn. Tschüss.